Hi, ich bin die Niki, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Wir werden jetzt ein kleines Bauch- und Rücken-Workout machen. Meine Betriebssportgruppe hat mich versetzt und jetzt habe ich ein bisschen Luft, alles ist aufgebaut. Da dachte ich, lasst uns ein bisschen was, ein Workout, ein kleines machen. Wir werden Übungen für den Bauch machen, für die seitliche Bauchmuskulatur, als auch für den Rücken. Wir werden das Ganze im Tempo der Musik machen und falls es dir zu schnell ist, dann bitte, bitte, mach die Übungen korrekt und für dich auch gut verträglich. Denn falls du irgendwelche Einschränkungen hast, dann bitte pass auf dich auf. Jetzt würden wir aber loslegen. Ab geht's! Bevor es jetzt aber losgeht, wärmen wir uns ein bisschen auf und wie du siehst, ich bin sockig, du brauchst zu Hause keine Schuhe, am besten barfuß oder sockig. Los geht's, wir nehmen einfach mal das Kinn auf, die Brust und Kopf in den Nacken. Wir wollen die Halswirbelsäule und die Schultern und natürlich den Oberkörper ein bisschen aufwärmen, denn den brauchen wir. Schau mal rechts und links über die Schulter. Ein kleines Mini-Warm-Up, das muss sein, zwei, drei Minuten, das haben wir. Noch vier, drei, zwei und der letzte. Achtung, nimm mal dein Kinn Richtung Brust und kreis mal auf der Brust entlang. Schau über die Schulter. Du weißt ja, wenn man viel in den Rückenlage liegt, wie man dann doch die Halswirbelsäule beansprucht. Schau nach vorne, einfach mal nur die Schultern kreisen. Gerne schon im Tempo der Musik. Sei auch gerne schon locker in den Knien. Und kreis richtig schön die Schulter nach hinten. Zack. Mal rechts und links im Wechsel. Richtig schön weit zurück. Die letzten vier. Drei. Zwei. Wir wollen den Rumpf ein bisschen mitnehmen. Nimm mal den Ellenbogen mit. Reiß aus der Brustwirbelsäule. Deine Füße stehen ganz stabil am Boden. Noch vier. Drei. Zwei. Lange Arm nach oben. Noch acht. Sieben. Sechs. Achtung. Den Oberkörper mal ganz klein und rund werden lassen. Und dann öffnen. Brust raus. Mal richtig schön rund werden. Und öffnen. Mein Zuhlkreuz. Tief rund. Und öffnen. Wird mal ein bisschen größer. Mach dich klein. Und aufrichten. So tief wie es geht. Nach unten. Und aufrichten. Nach unten tief. Und streck dich Richtung Decke. Schau mal zwischen den Beinen durch. Komm so tief wie es geht in die Rumpffolge. Die letzten vier. Drei. Die letzten zwei Stück. Und die letzte noch. Achtung. Bleib mal oben. Streck dich mal lang. Richtig schön rechts und links lang ziehen. Wir wollen natürlich unsere Wirbelsäule schon mal ein bisschen vorbereiten auf das, was kommt. Und du merkst, von Mal zu Mal wird es auch geschmeidiger. Wir müssen unsere Gelenke vorbereiten vor dem Krafttraining. Mal die Arme lang. Achtung. Rechter Arm tief. Und wieder hoch. Linker Arm tief. Und hoch. Bisschen schneller. Und auch hier machen wir ja schon eine kleine Seiteneige. Also auch schon Kräftigung für den Rumpf. Die meiste Zeit werden wir uns aber am Boden befinden. Noch vier. Drei. Zwei. Und der letzte. Achtung. Nimm mal deine Hände in die Lendenwirbelsäule. Schieb mal dein Becken vor. Hüfte vor. Kinn auf die Brust. Meine Lieblingsübung. Immer schön Bauch raus. Es darf nicht wehtun. Komm mal langsam nach unten tief. Nochmal in die Rumpfbeuge. Hier mal die Knie beugen. Und wieder strecken. Richtig schön in die Dehnung. Nochmal Knie beugen. Oberkörper aufrichten. Und nochmal strecken. Bleib mal kurz unten. So tief wie es geht. Und dann setzen wir uns schon auf den Boden ab. Nimm die Füße nach vorne. Hier lass dir auch nochmal in die Rumpfbeuge kommen. Nimm mal deine Handgelenke nach hinten. Wir kommen schon zur ersten Übung. Für den Rücken. Die Hände unter die Schultern. Die Füße aufstellen. Schultern weit weg. Brust raus. Dann kommt auch die Musik. Achtung. In 4, 3, 2. Heb deine Hüfte nach oben an. Po fest. Und komm wieder tief. Hoch, fest. Versuch eine Linie von Knie bis Hüfte zu sein. Und nimm deinen Kopf ein bisschen mit. Und oben immer Po backen fest. Nüsstchen knacken. Komm hoch. Mir ist schon ganz schön warm. Ganz schön am Spitzen. Liegt wahrscheinlich nur an der Raumtemperatur. So, bleib jetzt immer leicht in der Luft. Du titscht nur wirklich ganz wenig an unten. Dein Popo berührt fast gar nicht mehr den Boden. Wir machen nur noch halbe. Komm hoch. Und wieder tief. Hoch. Und wieder tief. Drück dich weg. Aus den Schultern raus. Achtung, bleib mal hier. Das ist die Ausgangsposition. Komm jetzt ganz nach oben. Und wieder tief. Nicht ganz nach unten Richtung Boden, sondern nur halbe. Hoch. Und tief. Achtung, wir pushen acht Stück nach oben. Let's go. Acht. Sieben. Ganz kleine Push. Ja. Noch drei. Zwei. Und der letzte. Achtung. Popo absetzen. Beine hoch, Arme lang. Schultern weit weg. Das ist jetzt richtig express. Wir haben keine Pausen dazwischen. Brust raus. Schultern weit weg von den Ohren. Halt die Spannung. Wir wiederholen auch keine Übung. Das heißt, das geht von Mal zu Mal in neue Übungen. Und wir halten vielleicht mal eine Übung. Lass die Schultern weit weg. Schieb mal dein Bein. Ganz langsam raus. Rechts und links im Wechsel. Bisschen schneller. Lang. Und wieder ran. Versuch deinen Oberkörper aufrecht zu halten. Der Oberkörper darf ein bisschen ausgleichen. Schnell im Tempo. Lang. Ran. Hopp. Wir reizen das immer bis zum Ende aus. Die letzten acht, sieben, sechs, fünf. Achtung, die Beine halten in der Luft. Wenn du keine Power mehr hast, darfst du sie ablegen. Aber versuch sie in der Luft zu halten. Schieb mal nur deinen rechten Arm hoch. Und wieder tief. Nur der linke Arm. Auf. Und wieder tief. Linke Arm. Dein linkes, mein links. Und rechter Arm. Wenn du merkst, dein Hüftbeuge macht zu, dann darfst du gerne die Füße mal aufstellen. Vielleicht ist es ein bisschen besser. Der Hüftbeuge muss nicht so viel arbeiten. Im Tempo. Hopp. Zack. Die letzten vier. Und die letzte. Achtung, Füße aufstellen. Kurz erholen. Rücken rund. Wie gesagt, wir machen keine Pause. Nur eine aktive Pause. Nochmal Oberkörper aufrichten. Brust raus. Richtig schön aufrecht. Die Hände nochmal zur Seite. Kick nochmal rechts und links. Rechts, rechts lang und links lang. Rechts und links. Dein Oberkörper darf nochmal zurück, aber dieses Mal sind die Füße auf dem Boden. Hopp und rück. Noch vier. Wer jetzt noch mehr möchte, darf man beide Beine gleichzeitig ausstrecken. Hopp und rück. Zack und rück. Die letzten vier Stück. Vier. Drei. Zwei. Achtung, bleib mal oben. Roll dich ganz langsam, Stück für Stück nach unten. Ganz langsam. Komm dann mit den Knien ran. Knie 90 Grad. Hüfte 90 Grad. Du tippst rechts und links im Wechsel mit der Zehenspitze auf den Boden. Ich finde, der Hüfträuber braucht mal ein bisschen Pause, weshalb wir in die Schulterbrücke kommen. In vier. Drei. Zwei. Achtung, langsam die Füße aufstellen. Fersen ganz nah am Popo. Hüfte hoch. Und richtig schön strecken. Komm langsam wieder tief mit dem Popo. Und wieder hoch. Hüfte strecken, Po backen fest. Nochmal langsam tief. Und nochmal strecken. Nimm mal deine Arme nach oben. Komm schneller tief. Und hoch. Richtig schön auch hier wieder die Po backen. Zusammenschieben. Deine Füße dürfen jetzt sogar nochmal ein bisschen enger zusammenkommen. So dass du wirklich nur hüftschmal stehst. Komm tief. Und hoch. Nimm jetzt mal nur das rechte Bein heran zu dir. Und wir arbeiten nur auf dem linken Bein. Und wenn die Arme hier oben sind, ist es richtig wackelig. Falls du ein bisschen Unterstützung brauchst, nimmst du die Arme und schiebst dich nochmal weit nach oben. Im Tempo acht. Acht. Und sieben. Sechs. Fünf. Also vier. Drei. Zwei. Achtung nochmal langsam. Beide Beine aufstellen. Wieder hochkommen. Beide Beine aufstellen. Wieder hochkommen. Level zwei. Hände in die Luft. Level eins. Arme auf den Boden. Nur der rechte Fuß auf dem Boden. Linkes Knie hoch. Tief. Und drück die Ferse in den Boden. So dass die Hüfte richtig streckt. In Tempo. Acht. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Noch vier. Drei. Zwei. Und der letzte. Und Achtung. Beide Beine nochmal aufstellen. Locker. Komm wieder hoch. Po fest. Letzte Runde. In der Art Schulterbrücke. Wir bleiben nochmal oben. Achtung. Halt die Hüfte oben gestreckt. Mach mal nur kleine. Tief. Gar nicht mehr ganz Richtung Boden. Wir nehmen nur kleine tief. Bis zur Hälfte. Und wieder hoch. Po fest. Bis zur Hälfte. Und hoch. Po fest. Die letzten. Vier. Drei. Zwei. Roll langsam dein Popo nach unten ab. Die Knie nach oben. Die Hände auf die Oberschenkel. Jetzt drück volle Karren gegen die Oberschenkel. Trotzdem atmen. Rechtes Bein. Rechter Arm. Kommt lang. Und wieder rück. Rechte Hand. Rechter Arm. Lang. Und wieder rück. Wenn du mehr möchtest. Nimmst du deinen Oberkörper weg. Die Schultern weg vom Boden. Und noch lächeln. Aufstreck. Mach dich ganz lang. Die linke Hand drückt die ganze Zeit gegen den Oberschenkel. Vier Stück. Drei. Noch. Smile. Letzter noch. Leg deinen Kopf ab. Achtung. Die Knie. Kommt zur Seite. Wie ein Scheibenwischer. Wieder zurück zur Mitte. In die Seite. Wie ein Scheibenwischer. Und wieder zurück zur Mitte. Da knackt es ziemlich laut. Wie in der Lendenwirbelsäule. Lass dir Zeit. Je länger du deine Beine machst, desto veranstrengender wird. In die Seite. Und zurück. Achtung. Knie nochmal 90 Grad. Hände auf die Oberschenkel. Linker Arm, linkes Bein. Die rechte Hand drückt volle Karaffe gegen den Oberschenkel. Lang. Und ran. Lang. Ausatmen und einatmen. Also ich atme immer aus. Dann macht nämlich der Bauch nochmal richtig fest. Weil wenn man so ein schönes Geräusch macht. Und drückt nochmal fester. Die letzten vier Stück kommen. Vier. Drei. Die letzten. Zwei. Und der letzte. Lang. Und Achtung. Beide Füße abstellen. Die Hüfte kommt hoch. Und wieder tief. Die Füße stehen jetzt mattenbreit auseinander. Das heißt, die Knie zeigen nach außen. Und das Becken kommt richtig schön wieder hoch. So haben wir den unteren Rücken unseres Gesäßes. Natürlich. Und siehst du es. Komm hoch. Hochherst. Bleib mal oben. Halt die Spannung. Die rechte Po-Wacke kommt tief. Tief. Und wieder hoch. Die Knie zeigen aber nach außen. Linke Po-Wacke tief. Und wieder hoch. Rechts tief. Links tief. Im Tempo. Tief. Versucht, die Knie nach außen zeigen zu lassen. Und immer einmal die rechte Po-Wacke aufzutischen. Dann die linke. Zack. Und hoch. Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Noch vier. Drei. Zwei. Und Achtung. Oben bleiben. Nur ganz kleine. Ganz kleine. Push. 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 Noch vier. Drei. Zwei. Die Hüfte darf wieder tief. Die Beine kommen in die Luft. Die Fingerspitzen wollen die Zehenspitzen berühren. Ihr haltet hier. Versucht mal richtig schön hoch zu kommen. Richtig lang. Kinn bleibt auf der Brust. Das rechte Bein geht tief. Und wieder hoch. Linkes Bein geht tief. Tief. Und wieder hoch. Probiere richtig schön lang zu bleiben. Die Schultern sind weg vom Boden. Rechter Arm lang. Lass dir Zeit. In der Ruhe liegt die Kraft. Linke Hand. Lang. Und wieder zurück. Leg dich mal in einen Sternen ab. Deine rechte Hand geht hoch. Deine linke Zehenspitze kommt hoch. Du kommst wieder in einen Sternen zurück. Linke Hand. Rechte Zehenspitze. Komm hier ran. Und wieder lang. Bisschen schneller natürlich. Hopp. Wenn es dir zu schnell wird, mach langsam. Zack. Und tief. Die Pflanze will mitmachen. Und tief. Die letzten acht. Sieben. Wenn es dir zu viel wird, nimm das Knie nach oben. Knie nach oben. Noch vier. Drei. Zwei. Und die letzte. Achtung. Arme. Nach oben. Gesagt. Es gibt keine Pause. Schultern weg. Die letzte, letzte Übung. Knie ran. Halt die Spannung. Halten, halten, halten. Schultern weit weg von den Ohren. Die Arme gehen über Kopf. Wir halten. Komm langsam wieder zurück. Die Beine. Strecken. Halten. Vier. Drei. Zwei. Kleines Klappmesser. Lang. Und ran. Und ran. Und ran. Weißt du was? Die letzten acht Stück. Du bleibst in der Position, wo es gerade noch so geht und hältst. Atmen. Noch vier. Drei. Zwei. Und die letzte. Locker ablegen. Ja, gut. Komm, mit ein bisschen Schwung ins Sitzen. Du hast es geschafft. Ein kleines Po, Rücken, Bauch, Corexpress. Vielen Dank fürs Mitmachen, falls es dir gefallen hat. Auf jeden Fall auf Daumen hoch drücken. Und jetzt wünsche ich dir noch ein schönes After-Workout. Und eine kleine kurze Dehnung oder Entspannung wäre doch ganz gut. Ich mache jetzt noch eine Stunde Step-Arobics, Step Intermediate steht an. Über meinen Zoom-Kurs. Also über Zoom. Also falls du Lust hast, da mal vorbeizuschauen, sehr, sehr gerne. Vielen Dank fürs Mitmachen. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020